ist schon wieder underground? ich staune eigentlich, dass so wenig andere meds gespielt werden. ich bin auch medic. wohl drei medics. mensch Defend the objective. Don't let them plant C4. Mine deployed. Reloaded! Ammo station up! Mal gucken, dass sie nicht übers Dach kommt. 3 on top. 3 on top und... 3 on top of the roof. 3 on top. Ja, hier treffe ich glaube ich 0. Enemies spotted. Plant in mine. Äh, ja... Oh, Medic. Ist ja nice. Ich plante schon mal Minen da, wo sie sich wahrscheinlich dann eincampen werden. Bei mir leckt das immer so, oder sind das die Server? Der Reparaturbalker hat auch gerade extrem abgeleckt. Nächste Tür auf. Oh, ging die Tür wohl zu. Ah! 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 Nein, ich habe einen Fullspawn. Fuck! Tür an der left side. Defuse their C4. Super! Ganzer Team tot. Nice! Ah! Nein! Du Lobob! Ah! 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 Thanks, Doc. Ja, das werden sie noch schaffen. Ah, da brauche ich nicht mehr hochlaufen. C4 detonatiert. Objektiv destroyed. Defend das Objektiv. Stattdessen gehen sie nochmal vorne hops. Mine deployed. Gut, dass man mich hört, auch wenn ich schleiche. Traumhaft. Jetzt geht es viel zu offensiv. Weil die spawnen ja nicht gleich. Das hört sich doch mal so an, als wenn die hier schon irgendwie durch wären. Ah! Oh! Oh! Ah! 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 Ich habe ihn mitgebracht. Was ist das vorhin? Ja. Ah, Nude. Hä? Einen Sniper auf der leften Seite Cover ihn, cover ihn Oh Mann, Mann, Mann Oh Mann Kann auch komisch rumhüpfen Da kannst du leider nicht durchschiefen durch den Monitor, ne? Oh, keine Ahnung mehr Ich bin schon wieder etwas angespannt Dieser blöde Sniper, Mann Wie gesagt, zu den anderen Snipern kann da eigentlich mal was Mann, ey Wo die auch immer rumstehen Blöde 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 Reloading Blöde 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 Kommt der nächste um die Ecke gelatscht, Alter. Was haben die denn hier für ein Spawn-Time? Das wäre so wichtig, dass wir links den Gang irgendwie sichern, weil da kommen sie nämlich immer rüber gelatscht. Was ist denn da hinten? War der nicht da doch? Jetzt steht wieder so ein Scheiß-Sensor geworfen da. Oh. Ich wollte gerade sagen, wo bin ich denn jetzt gelandet, aber alles gut. Der geht mir auf die... Ah, das sind zwei, glaube ich, ne? Ja. Das war ein Sniper. Great job. Boom. Sorry. Wenn wir das vernünftig anstellen würden, könnten wir uns ganz schnell mal auseinandernehmen. Das war ein Splanting. Das wird auch scheinbar keinen, ne? Aber da rüberlaufen, wenn da ein Sniper steht. Sehr clever. Das war doch gerade ein Sniper irgendwo. Gratzer Dank nur fünf Meter Arm. Kann man das schon mal machen. Ah, da hat er nicht mit gerechnet. Ja gut. Das war ein Versuch gewert. Muss ich zugeben. Ach, der hat sich schon dieses Ding gekauft, hat diesen komischen Tortenkopf, der da bammelt. Manche haben echt zu viel Geld. Achso, ich hätte das Ding mal sprengen können. Fällt mir gerade so ein. Habe ich gar nicht drauf geachtet. C4 planten, defuse it. Reload in. Disarming C4. C4 defuse. Den Sniperangriff kann man kein Spiel gewinnen. Denfalls nicht, wenn es kein guter ist, aber das scheinen ja nicht zu raffen. Ich habe es eigentlich nicht mal geschafft zu planten. Wie? Nein. Du hast mich doch gerade noch weggeknuspert, das gibt es doch gar nicht. Hatten wir das Ding nicht gesprengt? Oh, gerade ich noch mal Glück habe. Na, wie viele Minen kann man legen bitte? Fünf? Da lagen gerade drei Minen. Ein Inch kann normalerweise nur zwei legen. Das heißt, wir haben zwei Inches wie die blöden Minen geplantet. Alter. Alter. Oh, mich Junge. Man muss genau davorstehen. What? Hihihi. Hast du aber auf meine Mine getappt, da? Ja, ja. Ah, da bin ich noch runtergefallen. Hat man es noch gesehen in der Camp. 30-13. Porno. Äh. Wuii. Huuuuii Ich frage mich... Kann das Spiel mal aus der Beta-Phase kommt? Enemies! Fast! Na dann probieren wir unser bestes, wenn die genau so spielen wie gerade eben Dann wird's nicht so schwierig werden Wahrscheinlich spielen sie aber jetzt auch zu viert Oder so Hopp Nice Der wird auch noch mit, aber... Neee Das war knapp Wer die Munition raushaut, ne? Hopp 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 Gibt's umsonst hier Angebot heute Ich spiel lieber meinen Macho, man Ich spiel lieber meinen Macho, man Ich spiel lieber meinen Macho, man Macho, macho Macho, macho Ich spiel lieber meinen Möge Ah 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 Fuck you! Will man gar nicht wissen, wie viel A. Zeit die investiert haben oder B. wie viel Geld, wenn die schon eine Goldkarte haben und sowas. Ich würde dann einfach nur Lack beim Kisten öffnen, aber... ...Mit in den Weg geschmissen. Bum! Ach verdammt, warum hat er mich denn gesehen? Das wäre so ein geiler Plant geworden. Schön durchgesneaket. Na gut, wie sie sich mit dem Granatwerfer sich gegenseitig um die Ecke bringen. Das ist ein blöder Troller, die nachzu... Was? Ich hab mich gar nicht selbst getötet? Bin ich gegen das Mauswert gekommen? Ohhhhhhhhhh... WTF? Ohhhhhhh... Ich muss mir das mal umbeinden. Kann ich schießen, wenn die T-Mates im Weg stehen? Ich bin jetzt letztendlich so eine Explodier-Granate ausgerüstet. Die meisten. Dann wäre der jetzt nämlich Hobbs gegangen. Naja, so wie ich auf diese scheiß Mine. Jaaaa... Maybe ich spring von Mine zu Mine. Das macht nämlich sehr viel Spaß. Hier liegen normalerweise auch Mine rum. Instant Karma. Hm... Das ist... Die Leute kriegen es auch nicht hin, zu... zu geben. Das ist natürlich... Wenn die im Gegner-Team zu blöd sind, das ist sehr positiv. Doch so ein Scheiß-Nade. Ja, dann schlafen die Milch. So ein Scheiß-Nade. Da ist das Nicky-Beeky. Wo ist der Nicky-Beeky? Ja. Ja. Ich bin in C4. C4 hat einen Arm gelegt. Defendet es! So, mal gucken, wie sie schlagen. Meine Minen sind hochgegangen. Meine Minen sind hochgegangen, aber hat mal keinen getötet. Verdammt. What? Da rennt einer rum. Das ist genau richtig, Junge. Springen wir hier hinten rum. Während das Obi gleich defused wird. Verdammt. 49 Schuss noch. Wurde was werden. Das ist gut. Sehr gut. Und du nimmst sogar Amo. Du kannst aber schön springen. Alter. Komm uns. Objektiv destroyed. Nice work. Mission accomplished. Nice work. 41, 22. Ich werde nie Level 10 werden. Never ever. Klack, 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 klack. Oh, hier ranglos, aber das ist schon mal was. Sieht aus wie Bronze. Bronze 3. Mir schlecht. Oh. phi quack. No, ¡oh.